Hey Freunde und willkommen zurück zu Condemned 2. Folgendes Problem, ich hab's schon in Thief erläutert, aber Leute, die Thief nicht gucken und nur Condemned, die werden jetzt auch verwirrt sein. Folgendes, ich, ich, ähm, ich war experimentierfreudig und habe was Neues versucht. Ich habe einfach, während ich das hier aufgenommen habe, nebenbei gerendert. Ich dachte, hm, komm schon, mein Rechner packt's schon. Er hat's gepackt, aber diese Aufnahmen, nicht? Ähm, die Tonspur war asynchron, das Spiel war asynchron, alles war asynchron. Und ich hätte da tausendmal rumschnibbeln müssen und in der Reflexion sieht's aus, als ob hinter mir jemand steht. Das ist ein bisschen gruselig. Ähm, auf jeden Fall spiel ich jetzt Condemned. Es geht weiter, Freunde, wir sind hier stehen geblieben. Da ist dieser Typ, der uns gleich umlegen wird. Folgendes, folgende Sache, ähm, das ist nicht blind. Ich erklär's euch mal, warte, ich töte den Typen kurz. Den können wir jetzt nämlich so langsam ausschalten, wenn wir uns da ranschleichen. Dann können wir den ermorden und erwürgen. Das ist nicht blind, denn, äh, ich hab die Aufnahme jetzt, ich hab bis hierhin gespielt, nochmal den letzten Checkpoint. Ähm, wir müssen, also, was gleich passiert, ich kenn's. Tut mir leid, tut mir leid, ich hab alles versucht, es ging nicht. Und, ähm, ist ja nicht so schlimm. Die Folge war eh nicht so spannend. Wir haben nämlich hier so ein, äh, Bomben-Ding. Genau, jetzt müssen wir hier in das Erkundschaften, das ist hier rückwärts, ähm, D-12 ist das. Das, zack, sehr tricky tricky. Perfekt. Ja. Oh, krasses Ding, was, haut dich voll vom Hocker. Ja. So, wir müssen jetzt alle Blast Points entfernen, weil sonst alles in die Luft fliegt. Und dieses Blast Points entfernen war echt witzig. So, genau, wir haben jetzt hier nämlich UV-Licht und können auf dem Boden die ganzen Spuren verfolgen. Wir müssen sechs Stück, sechs verdammte Stück sollen wir entschärfen und alles. Das, der Part ging irgendwie 30 Stunden, äh, 30 Stunden, 30 Minuten, weil ich ständig am Rumsuchen war. Hier kommen ja schon Gegner, scheiße. Oh, 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 oh. Komm her, komm her, komm her, einfach hoch. Alkohol! Ja, Alkohol! Mann! Wir können nicht mal einen Elefanten treffen, wenn er vor uns steht, wenn wir kein Alkohol haben. Bring die Munition. Ja, nimm die Munition. Was ist denn heute los? Ich kann kein Deutsche. Mein Gott. Wahrscheinlich, weil ich aufgeregt bin und Angst habe, dass er mich fertig macht, weil, weil, weil die Aufnahme im Arsch war und dass sie jetzt nicht blind sein wird. So, pass auf. Moment, nicht Spektrometer. Wir wollen Ufermeter. Da führt ein Schleich hin. Von hier kamen wir, ne? Von hier kamen wir doch, oder? Genau, hier können wir hin. Das heißt, können wir verfolgen. Weiter, weiter, weiter. Verfolgen wir mal den Rechten hier. Einfach mal, erst mal den Rechten. Machen wir das Ganze einfach mal mit, mit Plan. Ich bin nämlich in der Aufnahme, die fail war ein bisschen, bin ich planlos rumgerast. Ach, und hier gibt es überall Speicherpunkte. Diese Speicherpunkte sind echt toll. Ich glaube, hier kommen sogar Gegner. Moment. Huh. Wo war denn das Ding? Da ist Heilung. Gegner? Keine Gegner? Ich trage euch nicht. So, Moment. Wir schießen mal kurz das Fenster auf. Denn ich glaube, das Ding hing da hinten. Wir müssen jetzt dieses Ding nehmen. Oh Gott. Puh. Geschafft. Gebt mir Munition. Das ist noch einer. Scheiße, ey. Wir brauchen Alkohol. Schöner auf den Poppes. Das macht am meisten Damage. Alles klar. Das hätten wir jetzt geschafft. Dann nehmen wir auch V-Licht. Und schauen, wer uns das nächste führt. Hier. Ach, guck mal, leuchtet das auch nicht mehr? Doch, nee, doch, doch, doch. Das leuchtet wieder. Okay, das hätten wir geschafft. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Und durchsuchen. Mal. Genau, den rechten hätten wir jetzt. Jetzt schauen wir uns mal. Die führen alle nach unten. Das ist doof. Das sind aber auch nur 1, 2, 3, 4. Das heißt, wo sind denn die anderen hin? Ach, einige führen auch noch weiter hoch. Das wird jetzt ziemlich scheiße. Gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Eine Etage tiefer. Dort wartet auch schon das nächste Stück auf uns. Da, da sieht man es schon. Schön die Knarre in die Hand nehmen. Man weiß ja nicht, wenn Gegner auftauchen. Eigentlich weiß man es nicht. Die reden meistens irgendwie komisches Zeug. Und schießen auf einen. Daran merkt man es. Okay, komm, 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 komm. Wow. Mein Gott. Alles klar. So, 4 Stück noch. Gut, süße, Lüge für uns. Ich bin nicht hier. Ich bin nur ein Schatten. Der Gegner umlegt und Bomben aus dem Fenster wirft. Weil es witzig ist. Alkohol. Oh, sehr gut. Nimm es. Nein, nein. Oh nein. Oh nein, Moment. Nein. Der schöne Alkohol. Scheiße, Mann. Hier piept was. Oh, hier ist es. Moment, Moment, Moment. Erstmal hier Fenster freischießen. Kommt da einer. Das ist immer wieder spannend. Wohin ich das Ding werfen werde. Hier ist der Bär. Ohne Crosshair ist es echt sehr toll. Hier können wir das Geweih mitnehmen als Waffe. Aber es ist nicht so pralle, weißt du. Da habe ich doch jemanden. Da lasst doch jemand rum, oder bin ich es? Genau, da führt jetzt das eine hin. Führt hier noch so eine Spur. Ah, guck mal hier. Die führt da rüber. Alles klar. Und? Ich rieche Alkohol. Komm her. Oh yes. Sehr schön. Nehmen wir alles auf. Ja, nehmen wir alles auf. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Ziemlich geil, so ziemlich geile Spiele zu haben. Shotgun, die ist nicht so gut. Dark Souls Condemned. So macht Let's Plane Spaß. Amnesia, Custom Stories. Die Silver Key Stories auch ziemlich geil. Hab dich gesehen. 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 Aber hier ist bestimmt noch irgendjemand. Ich habe zwar gespielt, aber ich kann mich auch gar nicht mehr ändern, wo jetzt welche Gegner waren. Deswegen müssen wir immer noch vorsichtig sein. Und? Wow. Der ist mir reingerast. Das war ich nicht. Der hat Schuld. Wobei das eigentlich gut ist. Warum rechtfertige ich mich? Wohin geht's hier hin? Ach, du Scheißendreck. Moment mal, Moment mal. Ah, die Spur führt sogar hierher. Gibt es sonst eine andere Spur? Da drin irgendwie? Nein, da führt nichts hin. Alles klar. Dann holen wir uns jetzt mal den Springsatz hier. Ach, da ist er doch, oder? Was ist das hier? Da ist er. Gut, wir brauchen ein Fenster. Nicht dein Ernst. Nein, das habe ich doch bestimmt nicht da rausgeschmissen. Alles sicher. Gut. Hä? 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 Wow. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr spannend, die ganze Kacke hier. Ich finde auch, sechs sind viel zu viel. Sechs Stück, äh, ernsthaft? Viel zu viel. Vier Stück hätten schon gereicht. So viel Spaß macht das jetzt auch nicht. Gut, aber ich glaube, wir sind jetzt hier richtig. Jetzt sind wir nämlich eine Etage höher und das mussten wir ja auch. So, hier gibt es Munition und wir haben eine Gun-Battery, äh, Stun-Gun. Das könnten wir auch mal benutzen. Wäre vielleicht gar nicht so, wäre gar nicht so schlecht. Wo sind wir jetzt hier gelandet? An ein Ding kann ich mich auch noch erinnern. Das hing irgendwo... Ah, Gegner. Scheiße, ganz vergessen. Da kommen ja immer wieder welche. Hey, das war voll... Keine Muni mehr. Da kann sich auch nicht entscheiden, der Idiot. Sehr schön. Scheiß auf, zielen einfach drauf ballern. Wie Rambo. So, ich glaube... Ach, jetzt sind wir wieder hier gelandet. Das ist aber nicht richtig. Wir holen uns mal da hinten Heilung. Na, komm. Na, komm schon, dein Mini-Füßchen. Keine Ausdauer. Oh! Das gibt's doch nicht. Was haben wir für Füße, ey? So, ich glaube, wir müssen jetzt ein Gebiet weiter, da hinten. Genau, da müssen wir jetzt hin. Und dort erwartet uns... noch mehr Bullshit. Ich weiß nicht. Ich mag das irgendwie nicht, dieses ganze Rumsuchen und... und finden. Und hier waren wir zum Beispiel schon. Seht ihr, jetzt... Es fängt schon an. Es fängt schon an. Von da hinten kamen wir. Waren wir denn hier? Das ist die Frage. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber Alkohol ist gut. Dann hab ich mir Hut angetrunken, weil ich ne Pussy bin. Ohne Alkohol. Haben wir schon genommen, oder? Seht ihr, hier waren wir jetzt auch schon. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Geht's hier raus? Was ist das denn hier? Oh. Okay. Ein Easter Egg, oder was? Moment. Wohin müssen wir dann? Ich weiß, dass wir jetzt noch eine Etage höher müssen. Beziehungsweise auch in ein anderes Gebiet. Schauen wir mal da links. Genau. Hier. Hier. Da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, da geht's auch höher. Ja, ja, ja. Ich glaube, hier sind die letzten zwei. Genau, genau. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Wobei, eins wüsste ich noch. Eins wüsste ich noch. Ah! Die fliegen mir in die Kugeln rein. Ich brauche einfach nur zu schießen. Egal wohin. Die fallen in die Kugeln. So, nimm mal die Munition. Nein. Achso, die sind beide voll. Okay. Aber ich weiß, dass ich mich hier irgendwo durchquetschen muss. Da, genau. Durchquetschen. Nee, nee, nee. Ich glaube, hier nicht mehr. So, hier ist eine Tür. Haha, ich möchte mich immer überall durchquetschen. Ja. Nach oben mit dir. Doch, wir sind ganz richtig. Ja, wir sind richtig. Wir sind ganz richtig. Wir sind viel zu richtig. Hier speichert's schon. Das heißt, hier in diesem Gebiet muss es irgendwo sein. Ich weiß auch wo. Bam! Ah, ah! Komm runter, komm runter! Hier, über uns. Befindet sich nämlich so'n Ding. Da. Da hinten irgendwo, oder? Ach nee, da hinten. Genau. Genau. Hier, irgendwie da. Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ich höre noch jemanden. Ich will nicht abgeballert werden, während ich das Ding hier trage. Okay. Boom, Headshot. Okay, und? Oh, oh, oh. Es ging in den Baum geflogen. Das wär's noch. Jetzt fehlt nur noch. Jetzt fehlt nur noch einer. Und dieser eine. Da hab ich so'n bisschen Stunden gebraucht. Aber ich glaub, wir müssen zurück. Und... Wo sind wir jetzt hergekommen? Moment mal. Ich, ich, ich hab so'ne Vermutung. Irgendwo außen. Ich glaub, das Ding war außen. An einem Gelände. Hier irgendwo. Ich glaub, jetzt, wenn wir hier jetzt rausgehen, können wir rechts drüber springen. Genau. Komm, einfach rüber springen. Oi. Hapsi. Hapsi, 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 Du. Sehr schön. Shubidubidu. Nein, es ist so... Yes, wir haben's. Ey, wir haben's. Ey, sehr nice. Wir haben's. Okay, jetzt müssen wir noch ganz schnell zurück. Jetzt müssen wir nur noch ganz schnell zurück. Irgendein Countdown. So, mein Schnitt hab ich auch... Kann ich, ich geh mir hier runter. Mein Schnitt hab ich auch dort gemacht, vor diesem Ding. Das heißt, gleich ist es wieder blind. Wobei der Part auch schon gleich vorbei ist. Ach, fuck. Wie kommen wir nochmal zurück? Ich müsste jetzt eigentlich nur... Das ist hier falsch. Das ist das andere Gebiet, oder? Naja, das ist das mit dem Elch und so. Okay, Moment, Moment. Auf die andere Seite müssen wir. Da drüben irgendwo. Ich glaube hier. Nein. Scheiße. Diesen Weg jetzt zurückfinden. Mein Kurzzeitgedächtnis. Das kannst du mir doch nicht antun hier. Ging's da oben vielleicht irgendwo hin? Genau, von hier kann... Warum steht da ein Schrank? Stand der Schrank schon immer da? Wo sind die Leichen? Oh nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hey. Oh nein, jetzt sind wir reingefallen. Verdammt. Aber kamen wir nicht von hier irgendwie so ein Gegner? Ach, wir sind wieder ganz am Anfang, oder? Wir sind wieder ganz am Anfang. Da ist ein Fernseher. Oh, tut mir leid, Freunde. Tut mir leid, Freunde. Ich bin verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Jetzt bin ich wieder unter Druck. Wo kamen wir denn her? Warte mal. Gehen wir mal hier so lang? Wir kamen doch irgendwo hier eine Etage höher. Oder war das tiefer? Wo kamen wir denn? Hm. Hier, von hier kamen wir. Genau, hier sind wir so lang gelatscht. Ah, diese Speicherstände. Oder Punkte. Und jetzt müssen wir eigentlich da lang. Und dann hier runter. Da liegen die Leichen, die wir abgeknallt haben. Genau, hier lang. Äh, ich glaube, da lang. Ja, und da unten müssen wir hin. Alles klar. Und wir haben es geschafft. Yes! So, gut. Was müssen wir jetzt machen? Back at the detonator and you're right. It's counting down. Okay, quickly describe it to me. There are a couple possible configurations. Äh, describe detonator. 55 Sekunden. Äh, vier, vier, äh, vier mal vier sind 18. 18 Button Key. Ähm, ähm. Too long, one shot. Too long, one shot. Three long, two, too long, one shot. Yeah, yeah, yeah. Button Keypad. Äh, zwölf. Zwölf. Ähm. Was willst du noch? Was willst du noch? Äh, 120 und zwölf. 120 und zwölf. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Was ist mit dem Kabel hier? Zehn Sekunden nur noch. Zehn Sekunden nur noch. Zehn Sekunden nur noch. Diese, diese blöde Kuh, ey. Was willst du noch von mir? Okay. Alles klar. Äh, langsam, okay. Scheißspiel. Genau wie Dark Souls. Da sterb ich auch nur die ganze Zeit. Alles scheiße. Ja, 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 ja. Warte, 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 warte. Na, dann kam schon. Ja, dann kam schon. Lass mich doch untersuchen. Ich kann nicht untersuchen. Ich, ich drücke L1, ich kann nicht untersuchen. Ich habe zur Führung gedrückt anscheinend. Jetzt kann ich es erst. Oh mein Gott. So. 120 zu 12. Zwei Kanister. Zwei lange, ein kurzer. 18. One blinking light. Two blinking lights. Gut. Tja, wir leben. Sie hat selber geraten, bestimmt. Rosa, das ziehen wir von deinem Gehalt ab.